Yo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen in Kotao. Wir haben uns heute einen Roller gemietet, fahren über die Insel und schaut es euch an. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich muss sagen, Koh Tao ist bis jetzt die schönste Insel hier und morgen verlassen wir es leider schon wieder und gehen nach Bangkok und dann sehen wir uns nicht dort. Jo, was geht ab, wir verlassen Koh Tao jetzt, wir haben 5000 Milliarden Grad hier, ist einfach nur ultra heiß und wir müssen jetzt 15 Stunden nach Bangkok fahren. Absolut kein Bock. Also dann seht ihr jetzt was von der Fahrt und dann sieht man sich in Bangkok. Bis dann! Ich glaube man sieht mich gar nicht, aber es ist gerade egal. Wir haben 4 Uhr morgens, sind jetzt in Bangkok angekommen. Wir waren jetzt 15 Stunden unterwegs. Jetzt müssen wir uns noch ein Hostel suchen und dann schlafen wir wahrscheinlich erst in der Lobby und dann geht es aufs Bett raus zu machen. Bis dann! Willkommen in Bangkok! Wir sind jetzt frisch ausgeschlafen, jetzt gehen wir was essen und danach erkunden wir mal ganz Bangkok. Lüge, es ist schon irgendwie drei oder so. Schnauze! Schnauze... Schnauze! Also là, wenn man hat, ist unsere先 lifàl oder so. Ich kann fly, ich kann fly Ich kann fly, yeah Ich kann fly Ich kann fly, ja Ich kann fly, ich kann fly Ich kann fly Ich kann fly Ich kann fly Searching for higher ground Can't see in front of me My enemies have tried every possibility Ability to know if I can bleed If that's what you wanted You won't get it tonight Cause I can fly 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 I caught George Clooney Yeah I can fly 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 Bis dann!